Heute geht es in die E-Falltürme. Erneut das Windrad-Tor B2. Da reichen wir heute hinauf. Ich würde mal sagen, los gehts. Naoichi, willst du wissen, wie es um die finsteren Stücke bestätigt ist? Nun, das Periscope hat es nicht so schlecht geschafft, das Stück zurückzunehmen. Da fiel es mir ein. Mit den Stücken, die wir bereits haben, können wir den Schlagorhythmus verbessern. Und mit ein wenig Bastelei verrät mir das Periscope genau, was wir wollten. Der richtige Baum zwischen den Türmen, irgendwo auf ... darauf, das muss der Finstermundstück sein. Tja, damit wissen wir zwar, wo es ist, nur dort hineinzukommen, das würde mal Spaß. Ok, die nächste Mission heißt, wo weiterzukommen, in den Hohlenbaum. Ich komme jetzt vorbei, wie bei The Legend of Zelda. Aha, ein bitteres gegen Hohlenbaum. Über den neu errichteten Schlag und finde einen Weg nach oben. Alles klar, wunderbar, los gehts. Da werden wir gewoxt ins Abenteuer durch die Dimension der Pixel. Da werden wir, ein neues Portal. Oh nein, mit einem Fuß im Wasser. Natürlich. Ah, Luigi, was dir so passiert. Na denn, würde ich mal sagen, seid gerüstet, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eltern zu einem neuen Portal. Luigi's Mansion 2, mit dem Zwergenfürst. Ja, nochmal die Begrüßung abgeschlossen. Zack. Au, ist ein bisschen Geld in einer Blume. Ach ja, hm. Habe ich fast vergessen, wie das hier ist, bei Luigi's Mansion 2. Ewig nicht gespielt. Ok, was haben wir hier? Ich will hier irgendwas freischalten. Irgendwas Sichtbares? Nein, da ist nicht viel los. Ok, hier ist ein Loch im Baum. Oh, eine Friedermaus. Ja gut. Können wir irgendwas machen mit der Friedermaus? Hat die was wir brauchen oder was ist da los? Na ja, ok. Da können wir durch. Ja. Im Hof sind wir angelangt. Ok, da müssen wir saugen. Ähm, das machen wir gleich noch. Wie? So machen wir das. Saugen. Ähm. Saugen. Na komm. Sack. Dreck weg. Sack. Dreck weg. Ne, Schreck weg heißt das Ding. So. Hier noch was. Außer dem Wassereimer. Zack. Ein bisschen Geld. In Scheinen. So was gibt es hier. Da komme ich weiter. Ja. Ein bisschen Seitentür. Ach, hier. Das kenne ich doch. Da wollen wir nicht hin. Da waren wir schon am letzten Paar uns. Die Mission haben wir abgeschlossen. So, hier wollen wir lang. Können wir da schon? Nein, können wir nicht. Da können wir noch nicht durch. Hm. Scheint so, als müssten wir einen Weg nach oben finden. Und der geht wahrscheinlich da rechts lang. Ich nicht irre. Oder? Wir müssen noch mal. Und der Wassergenerator. Hier hindurch. Durch die Tür. Nein nicht. Doch. Da muss ich durch. Ähm. Lass mich hinein. Ja, so gehts. Nicht allzu schweres Rätsel. Äh. und auch diese tür kriege ich erleuchtet saugen 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 so dass die tür fertig hindurch na super und jetzt stuhl des gärtners anruf von professor in gibt es ja ok ah ok das bringt mich vielleicht weiter vielleicht komme ich dahin durch ok verstehe kann ich das direkt pusten oder hm wie ist das rätsel snögend ok jetzt haben wir schon freige nacht und nun muss man es in die andere richtung drehen oder was ne hm hat da jemand im lösungsführer auch nicht hm da ist auf jeden fall ein zahnrad aktiviert worden mal runter gehen das wäre ok macht das irgendeinen sinn vielleicht gehen wir durch in einen anderen raum vielleicht kommen wir so weiter im werkraum ok ich gehe noch irgendwas was wir abbegreifen können was wir aktivieren können hm das ist so ein ziergarten ja schön da wollen wir nicht hin das ist die falsche seite hm was soll ich hier was mache ich hier klapperdi klapperdi klapper ja das bringt recht viel hm eine rote bommel das muss doch irgendwas bringen rote bommel von medizin hm das macht ein gutes Geräusch hm ich weiß es nicht ich lege da nicht schlau draus ok ich gehe das Bett durch hm ja und dann kommen wir ins Treppenhaus und lass mich aufs Bett legen oder was nun und dasßen wir M оперation hm Das bringt uns nicht sonderbar weiter, aber hier, ok, das Bett, was machen wir mit dir? Kann man dich wieder zurückziehen, oder, hmm, knifflig, 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 und eigentlich ist es gar nicht so knifflig, aber ich steh mich bloß an hier, das kann echt gar nicht so schwer sein, schauen wir noch mal, ob wir da einen Hinweis finden, da oben sagt der uns was, hm, ok, das Bett steht da drüben, und da können wir hoch, ja, da gibt es vielleicht was mit einer doppelten Wand, hm, 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 hm Halt hinein. Sag mir, was soll ich hier tun? Das Bett, das war doch schon der richtige Weg. Aber wie? Aber wo? Aber was? Oststile. Wie komme ich da lang? Und was soll ich da überhaupt lang? Und was? Wann? Was ist der Plan? Hm, das bringt mir auch recht wenig. Ja... Oh, eine Fledermaus. Und dann laufen wir mal zurück. Schauen wir mal, was wir hier finden. Ob es hier Wege gibt. Ins Ziel. Hm... Wahrscheinlich eher weniger. Jawohl. Ähm... Du lässt uns hier nicht durch. Da kommen wir nicht spontan durch. Da muss man nicht lang. Hm... Was soll ich tun? Wie komme ich da lang? Ich glaube die Richtung war schon die richtige hier. Wie ich das da auf der Seite durchschaffe. Oh... Das war schon gar kein so schlechter Ansatz. Aber wohin des Weges? Wie soll ich da lang? Hm... Das ist auch ein Windrad. Kriegen wir das vielleicht angetrieben? Natürlich. Warum denn auch nicht? Hm... Die Lösung war hier direkt im Hauptsaal. Da kommen wir ganz leicht durch. Hm... Da wäre ich ja niemals drauf gekommen. Na doch. Ich bin ja drauf gekommen. Jetzt müssen wir die Geister besiegen um die Stücke zu bekommen. Alles klar. Und da wusel ich dann eine Ewigkeitsbank rum. Und dann doch nichts. Und jetzt muss ich wieder zurück und die Geister suchen. Soviel dazu. Professor Iggith hat noch einen hinfrechen Hinweis. den man richtig verstehen muss. Heiliges Langfingerpack. Nicht schon wieder. Dieses Windradtor öffnet sich nur, wenn alle Flügel eingesetzt sind. Hast du gemerkt, wohin diese dürren Spargelgeister geflogen sind? Nein. Nicht schlimm. Ich mache sie schnell mit dem Paraskop ausfällig. Ein Augenblick. Geduld. Bitte sehr. Schau auf die Karte. Das ist gut. Ähm... Tarte. Ah ok. Da in dem Raum wo ich schon war. Im Vorraum. Da lang. Ok. Mijigo sind sie wie immer. Da gehts lang. Da sind die Diebe. Ok. in die Nachbarräume geflohen. Da hinein. Oh. Ein roter Geist. Na komm. Ja. Sauge. Sauge. Na. Dich kriege ich. Na komm. Ah. Ich lasse mich von den nicht einkriegen. Ich lasse mich von den nicht einkriegen. Ja. Na komm. Ich lasse mich von dem anderen nicht verletzen. So rein ist dir. Zack. Einer weniger. Zack. So dich auch. Dann kommen wir in den roten Fang. Zack. Schubs. Jetzt haben wir nur noch die roten. Die keinen roten. Wo bist du? Wo bist du dicker? Ähm. Ok. Ist verschwunden. Jetzt sind wir hier fest oder was? Ja. Spitze. Ähm. Hallöchen. Du dürfst schon mal die aufmerksamkeit bitten. Alles klar. Das gleiche. Fest. Gäste. ähm, ja spielbackt oder was ist klar wieso auch nicht muss das jetzt neu starten oder was schaut so aus jetzt hätte ich das noch mal seit letztes Spiel verpackt na dann hilft nur eins ja da musste ich das ganze bis zur Stelle hier mal neu machen war ja nicht viel das Spiel mal gebackt naja irgendwas an heute na dann auf ein neues das ist mit hoffentlich weniger Störung das Spiel das nicht mehr starten muss geht halt was zu sagen ok dasselbe wie vorher können wir getrost überspringen und weiter ja ich will es mal schaffen immer weiter kommen es ist spät ich will dann auch mal fertig werden so das hier auf so dann käme bereits da fliegen sie hier mal rein das Spiel das Spiel ist mal gelöst das kommt nicht rein da kommt da kommt da kommt da kommt rein mit das Tür ein mit dem großer so das Problem haben wir gelöst ok das nur noch zwei jahre als richtung über den werfen sie an so sein ist hier ein zweiter modus man kommt sagt so ok den hatte ich eigentlich was hatte ich jetzt hier rein mit dir so ist es eigentlich wieder nicht werden hallöchen Ist hier noch etwas, von dem ich nicht weiß, Spiel, kannst mich doch hier nicht einsperren ohne wieder rauszulassen Kopfkratz Ehrlich gesagt radlos Was für ein Part hier heute Ist hier noch fair Hab ich euch mal geblendet Ähm Hallo Ich will hier raus Ich bin gefangen Spiel Muss das als letztes machen oder dann Das geht ja nicht Was zum Geier Was ist hier los Und was willst du von mir spielen Da geht nichts Kein Geist mehr da Ich hab alles umgesucht Ist nichts Hm Das ist übrigens der Grund Wieso ich Also einer der Gründe Warum ich jetzt In letzter Zeit Immer weniger Bock drauf habe Luigi's Mansion 2 aufzunehmen Ich muss das hier abends Aufnehmen Nachts Es ist jetzt mittlerweile nach Mitternacht Es ist bald Um eins Es ist Die Rätselspiele sind da nicht mehr Rätselspiele sind da einfach nicht mehr drin Muss man ganz ehrlich sagen Das ist Ich will mich nicht beschweren Das ist Hat alles seinen Sinn hat Er Ist halt Hat auch seine Berechtigung Aber Ja Es ist halt Zu einer ungünstigen Zeit Wenn ich mich mal besser Managen würde Oder Wenn es halt irgendwie Anders hinkriegen würde Wenn es halt anders Irgendwie machbar wäre Ja Wäre Hätte Könnte Sollte Na gut Jetzt Hingem was hoffentlich mal hin Bin ich nicht vor Ich ziehe Und hier Dann gucken wir mal In den anderen Raum Hier rein Jetzt ist das die Lösung Ist dann natürlich auch blöd Wenn man hier Sich ein Raum hier verweigert Und Nein die wollte ich jetzt nicht Einwenn In die Punkte Zack So Durch den Raum So Geister 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 Ähm Hallöchen Jemals zu Hause Muss das erst durch Betapultieren Ja Gut Soweit waren wir schon Leute Das macht doch keinen Spaß mehr Und was ist denn hier Was ist denn hier Der Sinn der Sache Einer der Geister ist doch hier hinein geflüchtet Wo ist denn der Ach da war einer drun Okay Jetzt habe ich den Angesaugt Oder was War da nur im Schrank Oder Hm Leute ich verstehe es nicht So dann wieder hier rein Da wird einer auch im Schrank Drun rum Oder Und jetzt geht das Licht aus Und die Tür zu Okay 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 Ich will jetzt hier nicht angegriffen werden Ich verdiene hier Punkte Lebenspunkte Na komm Renn mit dir großer Das hatten wir alles schon mal Habe ich hier noch einen Geist den ich nicht gesehen habe Den ich übersehen habe Den ich noch jagen muss Der sich irgendwo in einem Schrank versteckt Wahrscheinlich da hinten im Brunnen Wahrscheinlich da hinten im Brunnen So Dich einsaugen Scheinbar ist ja noch nicht eins geklärt Es ist ruhig hier Hm Ach Leute So Muss das sein Die haben wir schon zweimal Ah Da ist er Der Bösewicht In den Schränken So die saue ich ein Na komm Litz Ok Zack Na zack Och man Na komm Und rein mit dir Aus ist es Das ist glaube ich das erste Teil Puh Eins von drei Die klaut wurden Ja sehr schön Und dann weiter in den Hof Kommen wir auch mal voran Aufgaben ziehen Nur auf den Da rein zu kommen Durch das Tor Oder Gehts dann noch weiter Um hier noch mehr zu tun Der ist doch eindeutig darüber gerichtet Das ist jetzt hier in so einer Vase Zack zack Das ist eine Pflegemaus Die mir kein Dino Zum Blödsinn bringt Ja da komme ich jetzt erstmal nicht hin Oder Oder doch Ähm Hinde Hallöchen Da gehts wohl weiter im Garten Wie komme ich denn da hin Ja Hm Ja Ok Lässt da jetzt im nicht vorhandenen Gartenbereich Mhm 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 Geist Wo bist du Ok Ich kann hier wieder fliegen Hier irgendwo Ich fürchte nein Ach Mensch Na komm schon So etwas ausleuchten So etwas ausleuchten Im Brunnen drin oder Dahinter kann ich auch nichts machen An der Lampe kann ich wackeln Komme ich da irgendwie rüber Da irgendwie ran Hm Das war auch nur das zweite Stück Der dritte der hängt noch irgendwo rum Ich verstehe es nicht Ich begreife es nicht Ein Herz Das heißt gebrochen Ein Herz für Luigi Der sich hier durchkämpfen muss Mhm Mhm Ok 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 Da draußen vielleicht schon das erste Stück zurückbringen Oder wie wäre der Plan Hm Kann ich wohl nur alle drei zurück Gleichzeitig bringen Hier raus Hier raus Vielleicht von hier aus irgendwas machen Nein Nur eine gelbe Pledermaus Es geht von hier aus nicht Hm Na was soll denn der Mist Das muss doch genauso sein Hier wie bei dem Raum wo ich hier raus kam Und den ich kurzhand für einen Backer erklärte So schwer ist das doch gar nicht Die Lösung liegt doch eigentlich auf der Hand Ich sehe sie nicht Und das Ich sehe es einfach nicht Ich habe Augen doch ich sehe nicht Ja Ich sehe nicht aber die Klappe, was gießt du mir? Könnte ich da irgendwas machen? Könnte ich da etwas ausrichten? Na sei wie, sei ja vorbei. Kann ich gerade nichts tun. Da muss ich jetzt hier mal das Handtuch werfen und frustriert ein bisschen aufgeben. Ich finde hier gerade die Lösung nicht, da muss ich wohl im nächsten Part mal weitermachen, da muss man den Part jetzt hier, so wie er ist, an dieser Stelle beenden. Hm, ich weiß es gerade nicht. Ich bin gerade zu blöd, um das zu begreifen. Das macht mich mega einfach. Wie schnell ist es bloß nicht. Es dreht ganze Zeit vor meiner Nase. Aber ich kriege es bloß nicht hin. Na ja, ich würde mal sagen, Däumchen nach oben soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meiner Knallseite seid. Und ja, kein weiteres Video mehr, in dem ihr zwingend fest herpassen wollt. Das ist heute vielleicht ein wenig kürzerer Part, aber na ja. Sei wie sei, auf abrei. Wie die gute letzte Pläne auch kurz immer sagt. Habts noch einen an dem fürstlichen Tag. Man sieht sich. Autorene. Bis dahin. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen.